Ich bin Schaufer, Schaufer! Weg deine Arsch! Los! 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 Mein Programm ist das Ihnen gut. Du bist zu schwer. Hallo, ich kann... Wer ist die Beste? Die Beste! Wer ist die Beste? Ich bin die Beste. BAMBON! Hallo ihr beiden, habt ihr keine Lust eine Runde mit uns zu holen? Ich bin aber, äh, stimmt das an was so passiert? Ne aber, sorry, seid ein bisschen zu alt, ja? Ok. Ne, danke, nein. Na dann eben nicht. Hallo. Ich will ja schon. Ich will ja schon. Ich brauche einen Affen, ey. Was? Was? Ja, jetzt sind die. Ja, und was? Ja, bitte. Ne, hauen wir nicht. Ok. Ok. Wir haben es uns anders erlebt. Ok. Wir können spielen und der Gewinn entscheidet, wenn wir uns spielen. Ja, genial. Ja? Ja, machen wir das auch. ursal. Bei uns ist es nicht klar. Das Volk sagt! Literally, was ist es, wirktioniert uns, was im? Deswegen kann es dann die Schnecke anfangen. Inhaltspläden wir es nicht mehr. K.A.L.A. Ja! Ich ja! Oh! Oh! Ja! Ja! Oh! Komm! Komm! Ja! Nein! Ja! Wie sieht es aus? Können wir uns zurücksetzen? Ihr wollt euch jetzt noch zu uns setzen? Warum nicht? Nee. Wir haben euch ja schließlich gewinnen lassen. Gewinnen lassen? Nee, auf gar keinen Fall. Wir haben gewonnen. Wir das können. Und da ihr... Das war Anfänger-Glück. Anfänger! Soll das aus wie Anfänger? Ja? Soll das aus wie Anfänger? Ja. Du und der Dusa kommt her. Ihr könnt mal ratzfazieren. Die Weiber, die haben auch ein ganz schön großes Maul gehabt, oder? Das kannst du laut sagen. Ja. Die machen wir uns seit einem noch klar. Ich bin dabei. Ich bin zwar auch noch auf Bewährung draußen, aber ich lass keine Freunde hängen. Alles gut. Hast du dein Messer mit? Immer. Alles klar. Dann schnappen wir uns die gleich. Ich hab doch noch den alten Wohnwagen. Und wenn die Mädels rausgehen, dann schnappen wir uns die und dann schauen wir mal. Und du passt mal auf, wo die hinlaufen. Dann darf die uns nicht abhauen. Alles klar. Ja. Gut. Also. Lass einfach abhauen und rumgehen. Und die können das halt wegnehmen, ne? So. Na guck doch nicht so. Ich hab'n Trost für euch. Seht ihr diese zwei Drinks da? Ja. Geht auf eure Kappe. Schönen Tag noch. Danke. Tschüss. 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 Schau. Oh Gott. Ja. Hast du gesehen, wie der Gebrüste hat? Nein, nein, nein. Ich bin jetzt. Nein. Ja, wir übernehmen die Drinks. Nein, das ist nicht. Ja. Es hat mir etwas geholzt. Schnappen wir gleich die schwarzhaarige und du die blonde. Mal den Messern halt. Ich kann das ja nicht. Was fällt dir für ein Auto? Hast du es geklaut? Ja? Ich fahr gar nicht zu dir. Du hast doch gesagt, wir sind zu alt. Ja. Stimmt. Hey. Alter, das Maulern passiert. Alter, das Maulern passiert euch nichts. Wie ist denn normal? Hallo. Lass mich weg. Lass mich. Hallo. Lass mich. 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 Wie ist es nochmal? Wir scheuen ja! Lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich oder Lass mich? Lass mich. Hey. Hey, hallo. Hallo? Ja? Nein? Stopp bitte jetzt! Auto! Einfach stopp bitte! Lass Auto! Ich will raus hier! Hör auf! Lass dich in Ruhe! Hör auf! Ruhe jetzt! Nein! Hör auf! Idiot! Ich will raus hier! Lass dich in Ruhe! Stopp jetzt! Auto bitte schnell! Hör auf mit dem Scheiß, sonst passiert was! Nein! Ruhe jetzt hier! Hey! Passt mich nicht an, Idiot! Ich bin Ruhe! Hallo! Passt mich nicht an, Idiot! Nein! Nein, bitte! Nein! 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 Was macht ihr nicht? Hör auf! Hallo! Hör auf! Eline! Mach mit Fuß was! Aua! Aua! So! Ich werde nicht ausziehen, weil die Kapila komplett von dem aussetzen. Jetzt kommt aus! Nein! Was? Oh, bitte! Fass mich nicht an! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Hilfe! Hilfe! Ereine! Auf Wiedersehen! Oh, Lisa! So, raus mit euch! Ryan, bitte nicht! Was macht ihr? Ihr seid nicht normal! Bitte nicht machen das! Bitte, was machen wir? Nicht zu hören! Nicht zu hören! Noch ist nichts passiert! Ihr könnt es doch noch einfach laufen lassen! Wir gehen noch nicht zur Polizei! Das muss doch passen! Nein! Ja, komm und lass uns das vergessen! Bitte! Das kommt! Was habt ihr ja nur davor? Oh! Nicht zu hören! Ah! 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 Nein, 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 nein! Okay, da läuft es rein, dann raus. Du musst eine mitnehmen, ne? Also, das war klar. Das war's. So Mädels, wir machen jetzt ein Spiel in diese Richtung. Ihr habt fünf Minuten Vorsprung, da hinten ist die Hauptstraße. Wenn wir euch kriegen, dann habt ihr Pech gehabt. Und ansonsten seid ihr frei. Und wenn ihr zur Polizei geht, machen wir euch kalt. Ab dort. Ab. Die müssen wir jetzt kalt machen, sonst haben wir ein Problem. Los, lass uns wieder her. Ah, ah. Und weg. Los, lass uns mal bauen. Hallo? 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 Ist da die Polizei? Ich glaube, ich habe zwei Leichen davon. Zwei Mädchen sind hier ermordet worden in einem Waldstück. Ich warte hier. Ja, hat mein Name. Dankeschön. Vor drei Monaten ist ihnen etwas Grauenvolles zugestoßen. Sie und ihre Freundin wurden vergewaltigt und anschließend erstochen. Also nach dieser Tat wurden sie im Wald aufgefunden. Und als die Rettungssanitäter danach kamen, stellten diese natürlich fest, dass sie noch überlebt haben, aber ihre Freundin leider nicht mehr. Sie wurden in ein Krankenhaus befördert und dort ärztlich besorgt. Als die Kripo danach aber jedoch zu ihnen kamen, haben sie keine Anzeige erstattet. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum? Warum haben sie diese Typen nicht angezeigt? Was hätte das denn gebracht? Angenommen, ich hätte sie angezeigt. Und dann wären die gefasst worden, was auch gut wäre. Und dann vielleicht verurteilt auf lebensgänglich, wenn ich Glück hätte. Und wenn nicht, bei guter Führung, sieben Jahre oder fünf, noch weniger. Und dann muss ich jeden Tag mit der Angst rumlaufen und permanent das Gefühl haben, dass einer von den beiden gleich hinter mir steht und das zu Ende bringt, was die vor Monaten nicht geschafft haben. Das ist einfach kein Leben. Und deswegen habe ich auch nichts ausgesagt. Das Verfahren wurde ja jetzt nun auch eingestellt, weil die Staatsanwaltschaft keine Hinweise auf die Straftat gefunden hat. Was haben sie denn nun vor? Was wollen sie denn jetzt machen? Ich kann dazu ehrlich nur eins sagen. Und zwar, Gottes mühlen malen langsam. Aber dafür wirklich gründlich. Auf jeden Fall, danke für dieses Interview und dass Sie sich die Zeit dazu genommen haben. Vielen Dank. Did you ever lose a tear? No, 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 no. You never got a feeling. Und dann... Na? Kennst du mich noch? Woher? Woher? Jetzt? Vielleicht? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wo geht's denn hier zur Bowlingbahn? Äh, kurz überlegen. Am besten jetzt einmal hier vorne rechts fahren, dann nochmal rechts. Willst du nicht einfach einsteigen und dann mir den Weg zeigen? Kann ich machen, klar. Ja. So, hier also, ja? Jetzt wollen wir auf die Straße durchgehen und dann bist du quasi schon da. Okay. Ähm... Hast du jetzt noch etwas vor? Nee, eigentlich nicht. Also hast du theoretisch ein bisschen Zeit? Hab ich. Ja? Mhm. Ja. Gut. Dann kannst du mal... Ist komplett? Ja, schon komplett hinten. Ja. Dann zieh ich doch einfach mal. Jetzt hier? Mhm. Mal sehen. Mhm. Und? Ja. 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 Ich habe sie. Ja. Ja. Gut oder nicht gut? Sehr gut, oder? So, stopp, gut, sehr gut. Sehr gut, erinnerst du dich an mich? Was soll die Scheiße? Erinnerst du dich an mich? Was soll der Mist? Was soll der Mist? Was machst du jetzt? Wer bist du? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, Scheiße. Mach keinen Scheiß, Mann. Ich soll keinen Scheiß machen? Was hast du denn gemacht? Das war nicht meine Idee. Das war nicht deine Idee. Nein. Weißt du, wo dein Freund ist? Weißt du, wo dein Freund ist? An seiner Scheiß-Garagenwand. Klebt wie ne tote Fliege da dran. Ja? Weißt du, was ich mit dir mache? Noch viel Schlimmeres. Lass uns doch mal in Ruhe drüber reden. Wo willst du reden? Was willst du reden? Was willst du reden? Wie ich meine Freundin umgebracht habe? Willst du darüber reden? Hä? Willst du darüber reden, wie du meine Freundin umgebracht hast? Hm? Wie du sie vergewaltigt habt? Ja? Willst du darüber reden? Darüber und darüber! Willst du darüber reden? Darüber und darüber! Darüber und darüber! Die Frau von yêu. Mirたい. Danke, Tor, Hermann, wollte ich dazu abandon? Darüber, Mutze. passionate und ein Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.